So, herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme. Schon ein bisschen länger her, dass wir das letzte Mal gespielt haben. Da waren wir ja alle zusammen hier in der Kirche. Diesmal ist aber ein neuer Spieler am Start. Nämlich der Stranzikus. Ja, moin. Und ja, mit dem stoße ich gleich zusammen und dann machen wir mal so eine kleine Aufnahme zu zweit. Gucken wir uns mal die neuen Sachen an, die jetzt am Start sind. Seitdem habe ich nämlich nicht wieder gespielt, oder? Keiner von uns. Es ist nicht dunkel hier. Ja, wenn wir überhaupt was finden. Ich mach mal kurz ein Fenster zu. So. Also, du's in dem großen Haus. Jo, komm ich doch da mal hin. Ich brauche noch Munition für die hier. Hier war noch genug, glaub ich. Woanders. Das war, glaub ich, da rechts. Ich glaub, es wird gerade dunkel. Das ist hier der Server, wo wir letztes Mal drauf waren. Da haben wir mal auf Spielen geklickt. Ja. Hm. Rumpitz. Bist du schon drauf? Bin drauf, ja. Bist du denn ganz oben? Ja. Okay. Dann komm ich mal nach oben. Ich glaub, es wird gerade hell, oder? Nicht dunkel. Sein? Ja. Natürlich nicht zu sagen. Ich weiß gar nicht, wo ich sehen kann irgendwo. Ich glaub nicht. Hm. 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 Ja. Ja. Ja gut, dann wechseln wir da nochmal schnell den Server, würde ich sagen. So, das sieht doch besser aus. Schön. Sonnig. Naja. Hä? Was hast du denn für Schmerzen? Hä? Ja doch. Mir machst du ein wenig spastische Bewegungen. Nee. Nee. Michi holt sich einen runter. Ja, äh. Dann würde ich sagen, erstmal auf zum Airport, wa? Ja, aus der Position, ne? Die Position hab ich genug. Da brauchst du welche. Brauch. Welche. Brauchst du welche. Ähm. Hier hab ich genug. Ah. 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 Wollte erstmal reichen. Was geht denn jetzt? Hast du die? Also ich sehe sie grad, ja. Die Stück waren das, ne? Ah. Hör mal auf da so rum zu kacken. Mach doch gar nicht. Bei mir schon. Äh. Sitz, sitzt du bei dir oder stehst du? Bitte. Bitte. Ich steh mal auf. Hm. Sitzt immer noch bei mir. Was ist denn das? Statt Bugs zu beheben, fügen sie neu hinzu. Aufnehmen! Hey. Footpie. Wiesstotta. Oh, es liegt hier immer so in dieser Stadt, ey, es geht gar nicht. Ich glaube, 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 da bist du weit? Ja, es geht jetzt weit. ja so wie ich mir auf die holz denn zu klein muss es mir jetzt zu weit weg weil ich weiß ich habe jetzt noch so viel loot nach den innerungen aus neu machen das sehen wir ja dann ich gehöre immer noch zu großen ich glaube das soll nicht mehr ganz so wie sein das ist der ja auch nicht Okay. Ja, vielleicht sind wir ja noch Papiere unterwegs. Das stimmt, gibt es jetzt auch. Gut, essen und trinken habe ich eigentlich auch noch. Essen habe ich nur eine Dose, aber ich bin auch in der Scheiß umgedrated. Zwar nur dunkel, aber ist schön. Das stimmt. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 9 Millimeter-Rounds, so wie. Welches waren jetzt die? Eine Rastputin. Ich fress mal kurz was. Damit ich wieder voll energized werde. So. Healing. Hey, brauche ich. Ja, kann weitergehen. Osten-Visier noch, ne? Ja, richtig. Das Long Range jetzt auf einem M4? Ne, schade. Ja, dann mal den langen, gefährlichen Weg über den Airport rüber. Das sieht richtig cool aus jetzt. Das sind geil gemacht. Und zwar. Vielen Dank. Ja, das ist glaube ich wirklich nur noch der Tower, wo Sachen sein können. Was ist das denn da? Särge? Oh, ich stehe die Tür auf. Oh, ich stehe die Tür auf.